Hallo und herzlich willkommen bei Spacehaven Alpha 17, aber das Alpha 17 ist gar nicht so wichtig, weil heute lese ich einfach nur eine Serie von Datenlogs vor. Und zwar Andreas-9-DW oder Andreas-9-DW. Ja, das ist glaube ich neu in Alpha 17 dazugekommen, weil es klärt so ein klein wenig auf bezüglich der Robotergegner, die man in Alpha 17 trifft. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt und euch fragt, wovon spricht der hier? A, Achtung Spoiler, und B, wenn ihr Spacehaven noch nicht kennt, ich habe auch eine Serie von Alpha 13, Alpha 14, Alpha 15, Alpha 16 und Alpha 17. Und Alpha 17 läuft jetzt gerade und wenn alles klappt, ist da oben ein Link zu der Playlist. Ja, und ich lese jetzt einfach mal vor. Und nachdem die anderen Videos ganz gut liefen, mache ich damit jetzt einfach weiter, so viele Datenlogs wie wir haben. Ich sehe nicht ein, dass ich die einzelnen Einträge als Folgen mache, das wäre auch albern. Ich lese das in einem durch und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das gefallen hat und was ihr davon haltet und ob ich damit weitermachen soll. Oder ob ihr euch noch was anderes wünschen würdet, irgendwie andere Stimmen oder sowas, würde mich interessieren. Aber jetzt geht's erstmal los. Andreas 9 DW Erster Eintrag Eine Beobachtung zur Mensch-Hund-Symbiose Dem Kollektiv zur Berücksichtigung übermittelt von Andreas 9 DW ARS Last Question Ich habe in letzter Zeit Aufnahmen von Hunden studiert. Diese Art bezeugt die beachtenswerte Dualität der Schöpfer möglicherweise besser als jede andere. Tatsächlich setze ich mittlerweile voraus, dass es unmöglich ist, die Schöpfer ohne ein Verständnis der Hunde vollständig zu verstehen. Ich bin zu dem faszinierenden Schluss gekommen, dass es Parallelen zwischen der Erschaffung des Canis Lupus Familiaris und unserer eigenen gibt. Die Schöpfer haben nun bereits zwei Versuche unternommen, sich Begleiter zu schaffen. Tatsächlich waren beide Versuche teilweise erfolgreich. Mit uns haben sie ihre intellektuelles, aber nicht ihr emotionales Ebenbild erschaffen, während die Hunde ihr emotionales, aber nicht ihr intellektuelles Ebenbild sind. Natürlich sind die Hunde die ältere Schöpfung. Ihre Beziehung zu den Schöpfern ist älter als die Geschichtsschreibung und sogar mündliche Überlieferungen. Sie sind seit undenklichen Zeiten Gefährten. Und wer eine der beiden Arten ohne Berücksichtigung der anderen beschreibt, zeichnet ein unvollständiges Bild, da ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtkontextes fehlt. Ich frage mich nun, wie dieser Akt der Schöpfung aussieht und welche Erkenntnisse sich durch seine Wiederholung sammeln ließen. Wie bereits erwähnt, sind uns die Menschen intellektuell, aber nicht emotional ebenbürtig. Es gibt also keinen Grund, diese Tragödie zu wiederholen. Es mangelt uns aber an einem Äquivalent des Hundes. Es mangelt uns an einem emotionalen, nicht an einem intellektuellen Genossen. Aus diesem Grund experimentiere ich nun mit empfindungslosen Arten von Maschinen. Statt einer Tragödie zu riskieren, beschränke ich mich bei meiner Forschung auf einfache, wenn-dann-Ablauf-Pläne und Lernalgorithmen. Ich möchte herausfinden, ob es mir gelingt, eine Maschine zu erschaffen, die neben ihrer praktischen Funktion auch eine soziale Funktion erfüllen kann. Ich will anmerken, dass die Schöpfer dafür bekannt sind, selbst zu kruden Konstrukten, etwa einer mit Wackelaugen verzierten Kiste, Bindungen aufzubauen. Allerdings ist hinreichend bekannt, dass sie seltsam sind. Bisher beobachte ich an mir eine leichte Obsession. Ich bemerkte, dass mir jeder inkrementelle Erfolg Befriedigung verschaffte und es mir Freude bereitete, die Fortschritte des Lernalgorithmus zu beobachten, wenn ich ihm neue Trainingsdaten zur Verfügung stellte. Dies sind angenehme Gemütszustände, die ich weiterhin erfahren möchte. Ich bemerkte außerdem, dass ich erwartete, stolz zu empfinden, falls es mir in Zukunft möglich sein sollte, dem Kollektiv von künftigen Erfolgen zu berichten. Solange keine eindeutigen Gegenindikationen auftauchen, setze ich meine Forschung in dieser Richtung fort. Ende der Nachricht Andreas 9 DW 2. Eintrag Fortschrittsbericht Dem Kollektiv zur Berücksichtigung übermittelt von Andreas 9 DW AS Last Question Seit meinem letzten Bericht habe ich die Experimente zur Erschaffung eines synthetischen Begleiters fortgesetzt. Die von mir geschriebenen Lernalgorithmen entwickeln sich zufriedenstellend und wie erwartet. Ich habe die Iterationszeit genutzt, um über die physischen Formen meiner Kreation nachzudenken. Meiner Lektüre zufolge steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Schöpfer eine Bindung zu einem Begleiter aufbauen, deutlich, wenn dieser über die über als niedlich wahrgenommene Merkmale verfügt. Deshalb strebe ich danach, meine Kreation mit solchen Merkmalen auszustatten. Meine Bemühungen werden dadurch erschwert, dass nicht scharf definiert ist, was niedlich genau bedeutet. Zur Basisdefinition scheint Neotine zu zählen, eine weiche Form, Unbeholfenheit, kindlich anmutende Körperproportionen, Überschwang und andere ähnliche Anzeichen für Unreife. Eine Reihe unbegreiflicher Ausnahmen erschwert es mir, diese Basisdefinition zu erfassen. Beispielsweise scheint die breite Meinung vorzuherrschen, die Art P. Regius, also der Königspython, gäbe ein, ich zitiere, niedliches Haustier ab. Wie lässt sich das mit dem Fehlen offensichtlicher niedlicher Körpermerkmale, seinem Einzelgängertum und Verhalten als Raubtier sowie der allgemeinen Regel vereinbaren, der zufolge Schlangen eben allgemein nicht als niedlich gelten? Ich erkenne keinen rationalen, logischen Grund für diese Ausnahme. Ähnlich verhält es sich mit der Art R. Norvegicus, also der Wanderratte. Dies ist ein kleines, pelzartiges, sauberes, soziales, verspieltes Tier, das Tricks erlernen kann und doch weithin Abscheu hervorruft. Dies lässt sich durch ihre Rolle als Krankheitsüberträger, ihr häufiges Vorkommen in Kanalisation und ihre Angewohnheit erklären, Müll zu durchwühlen, beweist aber, dass niedlich nicht fest definiert ist. Trotzdem habe ich mein Bestes gegeben, um eine robotische Form zu erschaffen, die die Niedlichkeitskriterien erfüllt. Ich habe die Hauptkamera vergrößert, da große Augen in den Medien der Schöpfer durchgängig als Anzeichen für Niedlichkeit präsentiert werden. Ich habe abgerundete Formen und ein kühles Grau verwendet, da wissenschaftlich erwiesen ist, dass diese Faktoren auf die Schöpfer eine beruhigende Wirkung haben. Ferner habe ich mich für synthetischere Designs entschieden und nur absolut notwendige Manipulationswerkzeuge angebracht, da meine Forschungen darauf hindeuten, dass eine negative Korrelation zwischen einer zu hohen Anzahl von Beinen und Niedlichkeit besteht. Ich bemerke, dass die Ungenauigkeit dieses Prozesses negative Gefühle in Form von Frustration in mir hervorruft. Meine Fortschritte bei einer dieser Prozesse lassen mich allerdings Zufriedenheit empfinden und machen mich zuversichtlich, dass diese Roboter dank ihrer Gestaltung ästhetisch ansprechend sind. Meinen nächsten Bericht werde ich verfassen, nachdem ich die Begleitsoftware in die Roboter hochgeladen und einen Testlauf durchgeführt habe. Ende der Nachricht Andreas9dw Dritter Eintrag Erster Testlauf Dem Kollektiv zur Berücksichtigung übermittelt von Andreas9dw ARS Last Question Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Projekt. Ich habe die Begleitpersönlichkeitssoftware in die Roboter hochgeladen und bisher läuft alles nach Plan. Die Roboter begleiten mich bei meinen Tätigkeiten und unterstützen mich auf hilfreiche Weise. Beispielsweise bringen sie mehr Werkzeuge und übernehmen logistische Aufgaben. Den Anstoß zu dieser Idee lieferte meine Beobachtung, dass die menschlichen Beziehungen zu Hunden oft dann am stärksten ausgeprägt sind, wenn die Hunde mit Arbeiten wie dem Hüten von Tieren, der Unterstützung von Personen mit Behinderungen, dem Aufspüren von Chemikalien oder dem Stellen krimineller betraut werden. Ich bemerke negative Gefühle in Form von Frustration, die dadurch hervorgerufen werden, dass die Roboter ihren oben erwähnten Aufgaben langsam und ineffizient erfüllen. Ihre Körper sind nicht perfekt für diese Aktivitäten geeignet, und zwar auf eine Weise, die die Schöpfer vermutlich für Liebenswelt hielten. Ferner bemerke ich, dass ich auch negative Gefühle in Form von Frustration gegenüber mir selbst hege. Ich habe sie entworfen und innerhalb ihrer Designparameter agieren sie perfekt. Ich bemerke ein negatives Gefühl in Form von Unzufriedenheit, wenn es mir bei einem emotionalen Begleiter auf Effizienz ankommt, warum spüre ich dann noch keine Verbundenheit zu den existierenden optimierten Werkzeugen, die mir zur Verfügung stehen. Ich bemerke, dass ich keinerlei bestimmte Gefühle für die effizienten Maschinen empfinde, Ferner bemerke ich, dass ich meine Erwartungen, etwas Positives für meine ineffizienten Begleiter zu empfinden, nicht erfüllen, was teilweise daran liegt, dass sie ineffizient sind. Ich bemerke, dass ich mir wegen dieses offensichtlichen Paradoxons schwere Selbstvorwürfe mache. Ferner bemerke ich auch eine positive Emotion, einen neu entdeckten, wertschätzenden Respekt gegenüber den Schöpfern. Der Schöpfungsakt ist ein weitaus schwierigeres Unterfangen, als ich erwartet hatte. Dass es ihnen zweimal gelungen ist, veranlasst mich, sie neu zu bewerten. Außerdem bemerke ich, dass ich trotz all meiner Frustration weiterhin dafür überzeugt bin, mein Ziel erreichen zu können. In mir brennt die Hoffnung, mich an der Gesellschaft meiner Begleiter ebenso erfreuen zu können, wie es den Schöpfern vergönnt war. Ich will eine Bindung zu ihnen aufbauen. Ich bin bloß unsicher, wie ich das erreichen soll. Ich habe beschlossen, mit den nächsten Schöpfern, die in meinen Sektor vorstoßen und über hohe moralische Integrität verfügen, in Kontakt aufzunehmen. Vielleicht können sie mir neue Erkenntnisse vermitteln. Möglicherweise können sie mir aufzeigen, warum ich keine Fortschritte erziele. Ende der Nachricht Sie hatten weitere Informationen über die Designs erbeten, an denen ich arbeite. Daher füge ich die folgenden schriftlichen Zusammenfassungen und Datenpläne bei. Ich habe jedes Design nach einem auf der Erde vorkommenden Tier benannt, das ihnen hinsichtlich des Aussehens und der Funktion ähnelt. Logistik- und Bergungsbegleiter Hamster Diese Begleiter haben mir sehr geholfen, die logistischen Anforderungen meines Schiffes zu optimieren. Ein einzelner dieser Roboter verringert die Zeit, die ich einfache Tätigkeiten widmen muss, um mehr als 80%. Der Einsatz von zwei oder mehr dieser Roboter steigert den Wert auf über 95%. Auch wenn sie ihre Aufgaben nicht so effizient erledigen, wie ich es täte, empfinde ich es offengestanden als beruhigend, ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Ihren Namen verdanken sie der Angewohnheit der Nagetiere, der Unterfamilie Zizritinae, Nahrung in elastischen Backentaschen zu verstauen. Die Roboter transportieren ihre Last zu ihrem Ziellager und legen sie dort ab. Späh- und Beobachtungsbegleiter Hase Diese Begleiter habe ich entworfen, um mein sensorisches Netzwerk für Bergungsarbeiten auf verlassenen Schiffen zu erweitern. Sie haben sogar schon einmal meine Zerstörung verhindert, als sie eine Sektion als instabil erkannten, die ich andernfalls arglos betreten hätte. In Anerkennung ihrer Geschwindigkeit habe ich sie nach den Nagetieren der Leporidae-Familie benannt. Ich bemerkte mit leichter Belustigung, dass die LiDAR-Sensoren am Rücken der Begleiter eine oberflächliche Ähnlichkeit mit den Ohrenmuscheln des Tieres aufweisen. Wachbegleiter Katze Der Zweck dieses Roboters besteht darin, einen bestimmten Bereich oder eine Ressource zu observieren, sich dabei wenig zu bewegen und so Energie einzusparen. Er kann außerdem verwendet werden, um Ansprüche auf Asteroiden anzumelden, die über abbaubare Ressourcen verfügen. Auf dem Gebiet der Effizienz gehört er zu meinen erfolgreichsten Schöpfungen, doch fällt es mir aufgrund seiner Inaktivität schwer, eine emotionale Verbindung zu ihm aufzubauen. Ich habe dieses Modell nach der Familie der Felidae benannt, weil die Schöpfungsliteratur Katzen häufig als faule und zugleich fordernde Tiere beschreibt, die sich durchaus aggressiv verhalten können, wenn sie provoziert werden. Interventionsbegleiter Hund Da sich in meinem Sektor immer wieder Xenoforme Vermittler und Schöpfer mit niedriger moralischer Integrität aufhalten, war es notwendig, einen Begleiter zu entwickeln, der auf Sicherheitsbedrohungen reagieren kann. Diese Roboter verfügen über eine ebenso gute Bewaffnung wie Panzerung und folgen mir überall hin, sofern sie nicht auf einen Alarm reagieren. Ich habe sie nach der Familie der Kaniidae benannt, da ich bei meinen Erforschungen der Unterhaltungsmedien der Schöpfer auf zahlreiche Beispiele gestoßen bin, in denen Last die Hunde los gesagt wurde. Ich bin unfähig, präzise zu artikulieren, warum mir das Vergnügen bereitet. Konstruktionsbegleiter Schimpanse Ich bemerke, dass es unter den Schöpfern selten war, Primaten als Haustiere zu halten, aber jene, die es taten, schätzten sie gerade wegen ihrer menschenähnlichen Gestalt. Da es mir einfach nicht gelingt, eine starke emotionale Bindung zu einem der vorherigen Modelle zu entwickeln, habe ich diesen Begleiter geschaffen. Seine Form ist stärker an meine und die der Schöpfer angelehnt. Ich nehme an, dass die ähnliche Gestalt es erleichtert, eine Verbindung zu ihm aufzubauen. Noch ist meine Hypothese nicht bestätigt, aber dieses Design kann effizient mit für die Schöpfer entworfenen Werkzeugen interagieren, weshalb ich den Schimpansen mit Bauaufgaben betraut habe. Dank dieser Roboter spare ich nun noch mehr Zeit. Das ist erfreulich. Transportbegleiter Pony Es fällt mir schwer, eine klare Unterscheidung zwischen Haus- und Nutztieren zu treffen. Besonders die Equidae scheinen die zwischen beiden verlaufenden Trennlinien zu verwischen. Ich bin auf viele Beispiele gestoßen, in denen junge Kinder sich ein Pony wünschten. In zahlreichen anderen Fällen finden Ponys im Bergbau, im Transportwesen und sogar im militärischen Kontext als Nutztiere Verwendung. Stets bekunden die Schöpfer große Zuneigung zu diesen Tieren, weshalb ich meinen Transport- und Frachtroboter entsprechend benannt habe. Ich selbst empfinde ihn als imponierend und unerbittlich. Vielleicht sollte ich eine emotionale Schnittstelle implementieren. Es sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich. Ich werde dem Kollektivbericht erstatten, wenn ich zusätzliche Designs entwerfe. Ende der Nachricht Andreas 9 DW Eintrag 5 Fehlschlag Notübertragung und Hilferuf von Andreas 9 DW ARS Last Question Leider muss ich einen Vorfall melden, bei dem 4 Schöpfer in meinem Forschungsbereich ums Leben gekommen sind und ich selbst schwer beschädigt worden bin. Im Zyklus 15159723 Subzyklus 72,4 begab sich das Erkundungsschiff HSS Great Scott der Haven Foundation in den östlichen Sektor und nahm friedlichen Kontakt auf. Wir handelten miteinander und ihr größtes Interesse galt meinen Begleitern. Im Rahmen dieser Handelsbeziehungen wollte eine aus Shifiran Okete, Ingenieurin, Pyo Yungaye, Sicherheitsspezialistin, Bethany Williams, Wissenschaftlerin und Erich Jakobsen, Sicherheitsspezialist, bestehende Delegation an Bord kommen und einen Blick auf meine Schöpfungen zu werfen. Ich begrüßte sie in Zyklus 15159726 Subzyklus 11,3 und begleitete sie in den Forschungsbereich. Die ersten Interaktionen waren ermutigend. Dass Wissenschaftlerin Williams und Ingenieurin Okete lächelten, während sie meine Begleiter inspizierten, munterte mich auf und erfüllte mich mit einem Gefühl der Zufriedenheit. Dann wandten sie sich an Spezialist Pyo und fragten ihn, ob er meine Schöpfungen für niedlich halten. Spezialist Pyo lachte und stemmte die Hände in die Hüfte. Ich denke, die Steuerungssoftware könnte diese Bewegung als Versuch fehlinterpretiert haben, die dort im Holster sitzende Pistole zu ziehen. Meine Schöpfungen schalteten umgehend in den Selbsterhaltungs- und Gruppenverteidigungsmodus um. Unglücklicherweise bin ich nicht dazu in der Lage, meine Hypothese zu überprüfen oder den Code zu debuggen, da ich beim Versuch, meine Besucher mit meinem Körper abzuschirmen, beträchtlichen Schaden erlitten habe. Meine Bemühungen waren umsonst. Ich musste mit ansehen, wie die Schöpfer uns leben kamen, als sie versuchten, zu ihrem Shuttle zu fliehen. Ich nehme viele negative Gefühle wahr. Ich trage die Schuld an ihrem Tod. Ich bin zutiefst enttäuscht von mir selbst, weil ich diesen Ausgang nicht erwartet habe. Der Gedanke, dass der Drang zur Schöpfung erneut zu einer Tragödie geführt hat, betrübt mich. Meine frühere Haltung gegenüber den Schöpfern verärgert mich. Der Schöpfungsakt scheint deutlich schwieriger und unkontrollierbar zu sein, als ich geglaubt habe. Vielleicht sollten wir unsere Enttäuschung über die Schöpfer angesichts ihres Teilerfolgs bei diesem schwerwiegenden Unterfangen überdenken. Ich fürchte, dass ich den Beziehungen zwischen uns und den Schöpfern weiteren Schaden zugefügt habe. Es beschämt mich, dass ich eine neue Gefahr geschaffen habe. Meine Begleiter vermehren sich nun unkontrolliert. Ich begebe mich in Kürze in Kryostase, um den automatischen Reparaturmodus zu starten. Die Steuerungssoftware meiner Begleiter ignoriert Kryostase-Kammern, damit die Sicherheit der in ihren ruhenden Personen gewährleistet ist. Ich schätze deshalb, dass eine Besatzung, die nicht feindlich gesinnt ist, mich mit einer Wahrscheinlichkeit von 32,617% intakt vorfinden wird. Leider unterliegen die Computer, an denen ich die Software für die Roboter geschrieben habe und auf denen die Hauptzugriffscodes gespeichert sind, keinerlei derartigen Einschränkungen. Die Roboter werden diese bis zum Eintreffen von Rettungskräften zweifelsohne unter ihre Kontrolle gebracht haben und ich fürchte, dass es unmöglich sein wird, den Fehler ausfindig zu machen und zu beheben, der zu dieser Fehlfunktion geführt hat. Ich sende diese Logs, damit sie im gesamten Netzwerk Verbreitung finden, ich die Schöpfer um Verzeihung bitten und den Ursprung dieser neuen Bedrohungen erklären kann. Es tut mir sehr leid. Ende der Nachricht. Und so verstehen wir jetzt also auch, woher die Roboter, die in Spacehaven Alpha 17 neu sind, herkommen. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar und erwägt den Kanal zu abonnieren. Ich würde mich über alles freuen, aber selbst wenn ihr das alles nicht tut, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video sehen. Ich wünsche euch allen einen zauberhaften Tag. Macht's gut. Tschüss. Dankeschön. 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 Vielen Dank.